Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelle 13. Wir sind hier im Gruselladen von Herrn Bering, der uns in der letzten Folge eine ganze Menge erzählt hat über Halloween und generell über schaurige Geschichten und alles rund um das Thema Grusel und Horror. Und außerdem haben wir mit Klößchen erreicht, dass er vielleicht die Pralinen, die er die ganze Zeit um das Volk bringt, wenn es Sortiment aufnehmen will. Ja, das ist schon mal ein Erfolg. Was geschieht in der Nacht des 31. Oktober? Ich glaube, das haben wir eben gefragt. Wer weiß, einst machten die Christen große Feuer. Ja, das haben wir gefragt. Ja, aber mit Karl und Tim haben wir noch gerne eine ganze Menge offene Fragen und da kann bestimmt auch nochmal was interessantes voraus. Guten Tag. Guten Tag. Oh, wen haben wir denn da? Karl Vierstein. Ganz recht. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Ah, okay. Und wir haben auch mit Klößchen diesen Sarki nicht angeklickt. Die Tür hat David konstruiert. Mein Gehilfe. Ja, David, ihr erinnert euch, der junge Mann, der im Knast saß und auch im Unterricht uns besucht hat mit seinem Mentor oder mit seinem Lehrer. Na, reden wir mal mit Herrn Wiering. Haben Sie einen besonderen Bezug zu Gefängnissen? Du meinst diese dunklen Gefilde staatlicher Obhut mit sadistischen Wärtern, Folterkellern und elektrischem Stuhl? Ich dachte eher an unseren Kulturkreis, nicht an Horrorfilme. Na gut, dann kämen wir nochmal mit Klößchen zurück und klicken nochmal die Sargtür an. Die, ähm, wer war das nochmal? Der junge Mann? Ach, ich werde es gleich erfahren. Gebaut hat. Ich würde dich ja durchlassen, aber David ist gerade nicht da. David. Hat den Namen wieder vergessen? Ah, das kann passieren. Haben Sie einen besonderen Bezug? Woher beziehen Sie Ihr Sortiment? Bei meiner Ware handelt es sich um Importe aus den USA, einheimische Handarbeit und Eigenkreationen. Dabei geht Qualität vor Quantität. Höchstqualitativer Trash ist ja auch mal was. Auf jeden Fall. So. Dann halt nochmal mit Tim in den Horrorladen. Und danach müssen wir wieder... Hallo Herr Biring. Na wer sagt's denn? Tim von TKKG. Langes Zerr, was? Wie du siehst, mich gibt's immer noch. Ja, und ihr Laden scheint zu brummen. War das jetzt ironisch gemeint? Weil der Laden ist ja die ganze Zeit leer. Und hier liegt die ganze Zeit so ein Zettel, den würde ich am liebsten mitnehmen. Oder einfach nur aus dem Weg räumen. Das ist Privatbereich. Hm. Toll. Wie macht sich denn Ihr neuer Gehilfe? David? Der Junge ist okay. Kaum zu glauben, dass er mal Ärger mit dem Gesetz hatte. Ich halte viel von seinen Fähigkeiten. Ich nehme an, Sie meinen nicht sein Talent als Autoknacker. Nee, das war nicht gemeint. Aber danke Tim für die Erinnerung daran, dass er ein Autoknacker ist. Ja, der scheint dem echt das nicht zu wünschen, dass er hier arbeitet. Der traut dem nicht, dem David. Kommen Sie finanziell gut über die Runden? Gerade zu Halloween mache ich massig Kohle. Schulden habe ich keine mehr. Darum verzeihe ich euch auch großmütig, dass ihr mir damals in die Quere gekommen seid, als es um das Erbe meines Onkels ging. Gut, schwamm drüber. Ach ja, die Geschichte. Ähm, nee, ehrlich gesagt finde ich ihn sehr sympathisch. Und seinen Laden auch, auch wenn ich nicht verstehe, was man jetzt unbedingt damit anstellt, wenn man das dann mal gekauft hat. Zu Halloween sicher super. Ähm, gut auch zu Fasslamm und sowas kann man sowas tragen. Zum Fasching. Kostümpartys, all sowas. Hm. Ähm, also ich würde hier auf jeden Fall mal was kaufen, allein schon, weil der Verkäufer so nett ist. So ein kleiner, äh, verschlafener Hoselladen eben. Gut, dann kämen wir mal zurück zum Klassenraum. Mal sehen, ob da vielleicht noch interessante Gespräche sind. Mit Tim schon mal nicht. Vielleicht können wir mit Klößchen nochmal unsere Toffees loswerden. Mit Karl zumindest nicht. Klößchen aber. Vielleicht. Für den Preis? Das nenne ich mehr als angemessen. Ich sag's ja immer, man muss nur die richtigen Leute kennen. Ohne Vitamin B läuft nichts im Leben. Also wenn du dir und deiner Braut einen Gefallen tun möchtest? Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand, nicht wahr? Oh, gab es denn etwas zu lauschen? Genau. Sie wissen doch, wie man mich ganz schnell loswerden kann. Nicht wahr? Tja, ja. Die beiden scheinen sich eine ganze Menge zu erzählen zu haben. So lange wie die hier rum, ja, rumsitzen. Das tut man nicht alles, um sich in Ruhe unterhalten zu können. Also gut, Willi, Nerven, säge, sauerlich. Her mit deinem Bogen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei eine Hand wäscht die andere. Donnerwetter, schon so spät? Ich muss los. Für mich bitte keine Pralinen, danke. Jetzt hast du mir meinen Gast vergrault. Ich hoffe, du bist zufrieden. Na los, Abgang. Ja, da ist Herr Albertsen ganz schön sauer geworden, dass wir ihm seinen Gast vergrault haben. Aber hoffentlich ist er jetzt weg. Ganz sympathisch war der mir sowieso nicht. Guten Tag. Tatsächlich, weg ist er. Haben Sie schon einmal Kürbiskaramell probiert? Ah, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Wenn du in die Fußstapfen deines Vaters treten willst, solltest du dich lieber mit Mathe und Buchhaltung beschäftigen. Hm, ich sehe schon. Wir haben völlig unterschiedliche Geschmäcker. Tja, in der Tat, Herr Albertsen, Sie haben sich wiederholt. Ich habe jetzt gehofft, dass wir ihn etwas anderes fragen können, als über seinen Schokoladengeschmack. Wussten Sie, dass ich bei der Wahl für Sie gestimmt habe? Haben Sie schon ein... Ah, das kann ich jetzt wegklicken. Da hat er einfach nur kurz durchgeatmet und weiter ging's. Willi Sauerlich, du meinst wohl, du könntest hier ein- und ausgehen, wie es dir passt. Als Herr Kruschwitz da war, wollte ich nichts sagen. Aber nun ist Schluss. Raus! Hm. Na, dann reden wir mit Gaby nochmal mit ihm. Über, ja, über den Vater und alles, ne? Wisst ihr Bescheid? Oh, ist Herr Kruschwitz gegangen? Ja, leider. Ach, da fällt mir ein, die Einladung an deinen Vater liegt nebenan. Du siehst, ich habe mich gleich nützlich gemacht. Herr Albertsen, Sie sind ein Schatz. Herr Albertsen, Sie sind eine Wucht. Ganz ehrlich. Wo liegt denn nun die Einladung? Ich kann sie schon sehen. Und Oskar ist wieder mit dabei, habe ich gerade gemerkt. Darf der das überhaupt? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Nein, Quatsch. Ah, da ist ja Pappis Einladung. Ich bin gespannt, ob Tim recht hatte. Was meinst du, Oskar? In diesem Let's Play wird einem echt der Vorname von Herrn Glockner um die Ohren gehauen. Also wenn man das danach nicht mehr weiß, wie der heißt, dann hat man echt, leidet man unter Gedächtnisschwund. Wollen wir es mal so ausdrücken. Aber jetzt können wir ja zu unserem Papi hoffentlich. Und können uns auch durchsetzen. In dem Fall. Ah ja. Nochmal den Fragebogen. Wird ja schon nicht den Kopf abreißen. Psst, Oskar. Das ist was Offizielles. Da hast du mich immer fein rangekriegt. Eine Einladung, oh Mann. Was soll ich den Kids denn erzählen? Wohl ist mir nicht dabei. Das ist schon geregelt, Papi. Ich weiß, dass du in Kürze diesen Heppner im Knast besuchst. Da will ich mit. Und gemeinsam berichten wir darüber. Kommt überhaupt nicht in Frage. Woher weißt du überhaupt? Obwohl, ein ach so harmloses Interview mit Heppner, das wäre gar kein schlechter Schachzug. Okay, hör zu. Ich sage nicht ja, aber auch nicht nein. Ich muss erst die Unterlagen zu Heppner anfordern. Denk du dir ein paar Fragen aus, hm? Genau, für die Schülerzeitung. Papi, das wäre eine Wucht, wenn ich mit darf. Ehrlich, ich kann es kaum erwarten. Also, das klingt doch durchaus vielversprechend, was der Glottmonster gerade gesagt hat. Ah, okay, und jetzt können wir eine ganze Menge fragen. Äh, ja, ich freue mich schon fast auf den Knastbesuch. Was hat dieser Heppner genau verbrochen? Er hat eine Bank überfallen. Nicht gerade ein Kavaliersdelikt. Wir hatten ihn im Berufsverkehr aus den Augen verloren und wollten die Flinte ins Korn werfen. Dass ich ihn später doch noch zu fassen bekam, wurde mir hoch angerechnet. Dafür muss er dich doch hassen, oder? Na ja, mag sein, ne? Ja, cool. Cleverer Schachzug von Gabi. Muss man mal sagen. Hat auch keiner was dagegen, wenn ich dich begleite? Der Gefängnisdirektor ist ein alter Freund von mir. Der regelt das. Ein bisschen Bammel habe ich schon. Und der Herr Glockner war ja auch wirklich ein bisschen unsicher. Der meinte, ach, was soll ich den Kindern bloß sagen? Er scheint ja ein bisschen schüchtern zu sein gegenüber von großen Menschenmengen, eventuell. Hat sich zumindest so angehört. Ich dachte immer, das wäre so ein selbstbewusster Kommissar. Ist der Mann im Knast gefährlich? Der genau weiß, was er zu sagen hat. Heppner ist zahm wie ein Lamm. Eines Tages wird er frühzeitig entlassen, wegen guter Führung. Ich wette, darauf spekuliert er. Oh, das heißt, der Mann hat noch was vor. Hm. Ich habe mich gerade mal gefragt, ob ich euch fragen sollte, was euer Lieblingscharakter in den TKKG-Spielen und Hörspielen ist. Ich finde jetzt Herrn Glockner ziemlich sympathisch. Wird jetzt nicht unbedingt sagen, dass es mein Lieblingscharakter ist, aber gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingscharakteren insgesamt. Hm, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber wen mögt ihr von TKKG besonders gerne und warum? Das fände ich mal eine interessante Frage. Und dabei sind natürlich nicht nur die vier Detektive gemeint, sondern auch alle anderen Personen, die da hin und wieder mal auftauchen. Wie zum Beispiel eine Bertha oder ein, ja, ein Herr Glockner. Was ist an dem Fall Heppner so besonders? Es geht um die Beute. Angeblich gingen sie ihm verloren, als er flüchtete. Aber ich vermute, er hatte einen Komplizen. Oder er hat das Geld vorsorglich versteckt. Wie ein Eichhörnchen. Wie ein Eichhörnchen beispielsweise. Oder ein Igel oder eine Haselmaus beispielsweise. Warum liegt der Fall gerade jetzt auf deinem Tisch? Die Namen Heppner und Glockner wurden lange Zeit in einem Atemzug genannt. Ich soll ihnen alle Jubeljahre zu einem allumfassenden Geständnis bewegen. Ohne diese sitzen der Polizei, ein Geldinstitut, zwei Versicherungen, etliche Rechtsanwälte und der Polizeipräsident im Nacken. Ganz zu schweigen von der Presse. Aber dann könnte deine Karriere davon abhängen. Ja, Herrn Glockners Karriere könnte davon abhängen. Und ich glaube, wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. In den nächsten kommenden Folgen werden wir höchstwahrscheinlich zu Heppner ins Gefängnis kommen. Und den Interviewen, das wird bestimmt ziemlich interessant werden. Ja, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, würde mich sehr freuen. Ciao Leute.